hallo von der folge minecraft war was mann du solltest bad was sagen aber leute haben schon gehört unser guter alter freund luka ist weg und luka erinnerst du dich noch an diese map weißt du noch ja die erste map die wir zusammen gespielt haben nein das war nicht die erste map doch das war die sw rush rush nicht aber ist ja eine map aber er kam der indio trotzdem vor ja ich kann zwei steves an ich kann mich ja leute heute ist mein internet wieder ein bisschen auf lege unterwegs ihr wisst bescheid ist dann können die leute ein bisschen lenken aber egal ob wir machen es trotzdem lol hätte ich ein block weiter gebaut hätte ich es geschafft und geht durch immer weg ich gehe mal weg ich gehe ich kann ja respekt zu hause los ist ist mir sicherer er bei uns ist wer bei uns ist wer erst bin ich ach du bist es ich habe noch im augenblick die leute gesehen sind weil er hat unsicher als geliebt haben scaly 3 ist talentiert möchte gesagt haben dass mir letzte folge bei losfolge bis dieser hunde wo die eingekämmt haben bis zum schluss unser bett die eingebaut gehabt hatten wir hatten es nicht eingebaut läuft leute habe ich das habe ich schon gefeiert in den luka haben wir schon gefeiert zweites bett mein meister ich bin tot aber das zweite bett schon aufgebaut ich wollte gerade anfangen unser bett einzubauen auf der habe ich auch ein thema die werden sich bestimmt gleich rechnen an ok ich werde ich werde jetzt auch ein paar silber fische lassen so auf den ersten moment gedacht das war gerade unser bett ja habe ich kurz auch gedacht obwohl ich hier bin ja ok das ist ein bisschen das war los von mir so ok ich habe es da und er hat das eingebaut ok luka wo sind sie so sind die ja ich gehe mal die töten ich will auch wir müssen den zuschauern action liefern ich verbiete action ich habe zweimal schon ich bin aber die person die aufnimmt also die bau von mir action ok du kannst sie ab ok ich weiß nicht ob du mich sehen ich weiß nicht ob du mich sehen ja die sehen mich du war sollte ich jetzt fragen wie du gestorben bist oder und er fragt aber nicht leute er fragt das einfach nicht warum ist meine kundierung hat so übel zu überlastet ich möchte euch sagen aber die werden jetzt pushen mit doch schätze ich wenn sie schlau werden nein sie sind dumm und ich habe eingekillt irgendwie ohne einen kund der ingo runtergefallen und ich habe einen klub bekomme ich hin davor weil gehittet habe geil ok du kann ich auch mal nach wie ich würde sagen wollen wir rauchen sind die blau team du kies rasch die gerade und einer ist untergestammt einfach mir werden sterben bei ihrem starken staff und die koppeln wir sind die nächsten gegner nein ich habe nicht getroffen junge der war so gut aber ich habe den typen nicht getroffen alter lol als ob was für wieviel der mensch macht der typ wie die sau ok wir haben hinten unser bett brauchen ich brauche ich brauche eisen ich brauche eine waffe ich will den fehl zu flüchten nur ich kämpfe ich kämpfe bis zu erbitterten ok leute neue runde neues glück wie oft hat mir diese map jetzt schon im video sogar 2 1 3 alles klar alles klar leute aber wir sind wieder team blau nachdem wir letzte runde auch team blau war und ich hoffe kodierung überlastung stört euch nicht heute ok luca du hast du es gesehen hast du es gesehen hast du es gesehen hat war es festschmasch frisch johann ich fand auch ziemlich fresh Warte Luca ich würd's noch mal probieren hier und ja gut ich warte hier mal auf dich ich pushe keine Ziegen ich hab vergessen ich hab doch für so ne Sekunde so Blackout der Typ lacht sich ja bitte jetzt eins runter schon der warte jetzt auch auf seine Mates seine Mates ist fast gleich talentiert wie du ja dann Clash ihn weg Clash ihn weg er hat ne Rot der ist so 100% SG oder SW Spieler geh weg er ist ein SW Spieler als ob ich gerade den gekillt habe sind das für ein Spacki gewesen Großpushen aber verkacken wenn er einen leichten Haustier bekommt ja keiner ich verstehe diesen Typen nicht danke viel sorry oh Luca geh weg ich hab Blöcke nimm mal einfach den so ja warum hast du's da nicht ja weil du angefangen hast zu bauen dann wollte ich auch mitbauen okay ich rush zu zack äh 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 ist über uns wer ist über uns wer Team Rot bleibt weg bleib weg du Mulluch komm her gut gut gute Leute gut hab ich mein Bett eingebaut Alter ich hab mich grad schon gewundert weil ich seine Treppe gesehen habe vorne ich habe mich schon gewundert was los war der Typ hat mich runtergenockt ich mach einen Block Save er hittet mich noch mal ich mach noch einen Save und dann hittet er mich noch mal runter ich mach noch einen Save er stirbt dort an Fallschaden wir werden angegriffen oh nein oh shit ich geh da drauf der Typ 15.000 ACPS ich hab kein Blöcke kein Blöcke der ist ein SB Spieler ich hab auch nur 5 Blöcke warte ich warte ich höre Blöcke ich hab doch noch ein Stack Blöcke er ist hinter es kommt er kommt er kommt nein gelb kommt gelb kommt wie weit mit Basti ja das ist ein Mail von einem mit Basti Sachen kommt er hat mich er hat mich du musst du musst du musst ach das ist ziegerig guck mein Bettschutz mein Bettschutz macht das warte ich hol mir ein Schwert ich hol mir ein Schwert ich hab ihn gerade so hops genommen Alter was mach ich will mir ein Schwert kaufen was kauf ich mir Eisen hab ihn so jetzt müssen wir auf safe spielen ach äh der SW-JP kommt Hilfe hä 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 Leute habt ihr es gesehen der hat mich gerade drei Blöcke nach vorne gebackt was ist das denn für ein Typ ich renne zu ihm was ist plötzlich bin ich so drei blöcke vor dem neues glück auf dieser map würde ich sagen ich brauche ich brauche items für wieder fast brüttchen wir sind im jelb link ab ich hab ich hab das bett wird ich hab das bett wird der eine 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 macht schade einer davon glaube ich hackt weil der ingo hin und macht schaden genau der eine ist guck der meine ich ja ich hätte mit guck er bekommt kein lockpack haha wir haben ihn wir haben ihn wir haben ihn okay rushen wir zu äh unseren Nachbarn ich rush jedenfalls ja warte oh 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 ich check jetzt erst dass wir angegriffen werden weil was ja pink der eine lag der eine lag ach skelly wir haben echt heute kein ähm keine map abwechslung ich mach die ganze Zeit random dass gomme random die maps hier geben soll kommen nur die beiden maps alter das ist das und danke dafür dass du mir keine items gibst wait a minute bist du der weihnachtsmann ja nur in rot ähm die dings rechts von uns sind schon fast in der mitte die links von uns bauen die bauen sich ganz langsam in die mitte noch langsamer als ich oh ja ah ich greif die grad mit allen herzen an läuft ich bin auch so dumm ja das soll ich jetzt nicht ne warte ich komme hinterher hatte ich werde von hinten abgeschossen ob ich grad rusche auch beste logik das kann ich nicht danke das kann ich ja ausgeraust du ich habe keine kuppen ich hänge ich hänge er leckt ein gegner leckt okay hast du es ah ich habe ein herz ein halbes herz ich habe auch nicht grad vier mehr ich hatte ein herz ich hatte ein herz läuft aber ich habe beide bekommen ok nice boom 100er pc er schießt drei pfeiler drei treffen sich obwohl ich wie jesus gejumped bin weil ich war unten ich habe der 30 gold und dann kam der was hat er für ein bauch und dann kam der was hat er für ein bauch wo ist der typ wo ist der typ lenke ihn ab er ist unter dir ich rush durch zu ihnen hä ich habe den aber voll viel blitz gegeben alles klar sie kommen raschen was die rasche vor ja aber ich bin hier oben wenn tun ganz oben ich warte bisher der eine auch rasch und dann sie können jeder eine geht nicht drauf oder bist du beim bett ich bin beim bett warte wo sind die hast du die grad ernsthaft gespawnt camp der eine wird zu uns jetzt der eine wird jetzt bei uns rein danke ich baue mich aus dem web und was machst du du rennst rein oh äh wie heißen sie Portationsdinger so warte ich geb nur drop gute Perl machst und der ist direkt bei uns mein ich ja das hab ich gewusst ich hab ihn low geschlagen er ist mit mir abgelenkt hast du ihn ich hab mich instinkt ich hab mich instinkt die leute nach dem sieg holen wir auf der wunderschönen fantasy map mit diesem schönen shaderblick den sieg bist du bereit nein ich soll es einfach lassen ich soll es einfach ich soll es einfach ich soll es einfach lassen ich soll es einfach lassen ich soll es einfach lassen mit meinem leben alter ich soll es einfach mal leben lassen ich bin ich auch dafür bei der wälder ist also also beruhigt euch ja aus der range kriegt mich der gelbe abgeschossen das war ich ja da sind diese leute drin die sind jesus ich glaub der hat noch ein kleines zoom objektiv der hat dieses neue teleskop einfach ja diese neue 1 17 teleskop hat er sich ähm der hat kein bett ach jetzt kann ich immer zu gelb rushen jetzt muss ich irgendwie zu rot rushen ach das ist team grün ok ich würde grad sagen da ist eine connection zum anderen team zum eisen aber es ist team grün so kommen wir so kommen wir schneller zu team grün rüber ich hab mein stick getroppt nein und ich das habe ich gerade in rot nicht bekommen aber was so gut zu bekommen oh oh das war doch ein bisschen dumm weil ich dachte team grün oh das war auch so dumm oh nein das war auch so dumm ey dieser scheiß boss bei mir geht mir so auf die eier alter ich dachte team grün wäre tot dann sehe ich die leben ja noch ähm ja ich hab's nicht vernichtet weil sie mich ungebrült tot das problem ist wir haben jetzt die connection zu team grün und die haben die connection zu uns ach die schallen sich anweilen die machen eh sie gegen gold fahren die möchten sich 15.000 gold ops da bauen damit sie irgendwas schaffen die seien loops ich kann ich röscher gleich von der seite rein lass es dann kommt sie erst auf blöde den hi du auch hier ok wie machen wir es am besten ja warum sind die grün ey alter warum trifft er mich hä von ah die ganze zwei leute wo kam die denn äh der grüne wird sterben der eine was 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 jetzt überlebt halt mich wenn du Spaß hast äh ok grün und rot ähm haben gerade ein baubattle ok Luca wie machen wir das ich hoffe ich hoffe er trifft so auf einem fetten mega lego stein alter wo kriegt der sich denn fuß äh halbe explodiert ich hoffe auf so einen scheiß lego stein steigt er äh 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 das wird keiner gesehen was ich mit meinem schwert gemacht habe es spammt die saufung das passiert leute wenn ich nach katze skelly bleibt hier ok was soll ich machen bleiben verstehen ich bekomme ja nicht auch auf dem und machst du den da oben oder ich probiere es zumindest wenn er schwert hat dann nein was soll ich da machen warum hat jeder von ihnen bogen der hatten die beiden ganz scheiß schon die beiden bogen wusste das nicht er hat ein eisenschwert by the way ok damit ist einer schon geschwächt ok er ist auf skelly hä ich dachte du hast ihn gekillt ich habe so verstanden dass du ihn gekillt hast ok leute äh das war es mit der folge nein du beendest das video jetzt nicht ach du lebst noch ach du lebst noch ich werde euch skelly für immer hassen und nicht nur skelly ich auch ok ich habe die folge läuft noch ich wusste nicht dass du noch lebst ich hoffe er ist schon tot doch ich bin der skiller im haus alter digga was waren das für moves was waren das für moves ähm pass auf auf die bauern gerade weiß ich ne mauer fuck ich habe glaube ich gerade mein handgelenk gebrochen ok leute ich würde sagen das wärs mit der folge ach meine hand tut weh wenn euch diese folge gefallen hat dann lasst doch ein like da geht mal zu luca rüber schenkt ihm ein bisschen liebe nachdem er sein handgelenk gebrochen hat und sonst es euch nur ciao Leute wiii